Doris, ein absoluter Schwarm von dir hat dich mit Zeigefinger und Daumen angepeilt. Wow, was bedeutet das? Naja, wir waren leider nicht dabei, damit können wir es nicht sagen. Es ist ein Unterschied, ob er macht oder ob er macht. Und damit ist es wieder unvollständig. Wir können diese einzelne Gestik nicht beschreiben. Was man aber insgesamt sagen kann zum Zeigefingerdeuten ist, es ist zum einen ein Aggressivitätssignal, es ist sozusagen eine Waffe, die wir zur Verfügung haben. Andererseits kann es aber auch ein Schutzmechanismus sein, denn wenn jemand mit dem Zeigefinger so auf jemanden deutet, ist es dem anderen nicht möglich nahe zu kommen. Deswegen kann es wohl Schutz sein und vielleicht war er so nervös, dass er diesen Schutz gebraucht hat.